wir haben wir haben freunde der hat einen der hat einen trick gestolen und kam weg oder was nachschauen ja 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 der marko von der schweiz Ich bin ein Messer dran. Ah ne jetzt kommt Wrenz. Ich muss weg, ich muss weg. Drake, Drake, Drake. Aber auch echt Stress. Und ja. Ja, 10 auch noch. So, da kommt's mir mal. Na, das Alben hat man das vorher killen dann nicht. Schön. Perfekt. Hier ist der Nächste. Angst mehr später, ich hab mal viel runtergeprügelt, Alter. Kann nichts machen. Hier. Ich konnte nicht mal meinen Flash einsetzen, ich war da. Stirb doch. Ich hab ja soweit pusht, mein Freund. Ja, die Samira kann's anschießen. Krieg ich mal. Ja, brent, brent. Trafen. Da steht ein Wort. Da stand die zum Weg. Ich will mir mal. Oh, die Trafen. Oh, der gibt auch Gas. Oh, je, je. Siehst du, wie geil die ist, Alter. Ja, ja. Ja, ja. Nächste Gas ist doch noch nicht kaputt. Digger über. Ey, die Ficker. Keine Sinn. Keine Sinn. Jo. Euer Tor wurde zerstört. Alter. Draum zurück, zurück zurück. Einen hab ich gekriegt. Boah, ich bin voll am Brennen, ey. Na schau. Na schau. Na schau. Ich bald rein von der Seite. Oh, der wurde geschützt. Der wurde geschützt von meiner. Schön. Ich bin erst mal weg. Warte, ich kam, ich kam, ich kam. Na ja. Spann dich, Junge. Ich geh weg. Schmeiler. Ich geh weg. Schmeiler. Komm, nicht weg von dem. Ah, von. Da brauch nur neben mir, neben mir herrennen. Oh, Doktor Mundo. Ich bin wieder weg. Störb, du Fichser. Ich krieg ihn nicht. Oh, der hat mich noch gekriegt. Schmeiler. Komm. Geht los. Boah. Zoff. Nice. Komm. Komm. Kann man gleich dorthin nochmal oder was? Oh, ich... ... ... ... ... ... ... ... Wf. hast du warum ist der ewig nicht gestorben jetzt scheiße ich bin im silence dauerhaften silence bruder ja mal feit er ist ja nicht cool ich habe mich noch verdrückt ich wollte nicht sehen ich wollte ein wort machen ich mag geopfert wird das team der will an deinem schlöpfer nee warte überlebt noch kurz halte den richtung mittel es kommt der nächster jetzt ist Achi tot Pass auf, pass auf, renn nicht weg. Das ist Chaco, oder? Na ja, den hab ich doch kein Halt gemacht, oder? Ein Glück! Dachte schon, ich mach's. Nein, krieg ich mich, oder? Oder? Nice, scheiß! Komm ich, komm ich, komm ich bin da! Damage, Damage! Ja. Ja. Mir sind was von egal. Das ist jetzt ne Mortineinstellung gewesen. Jo, ich renne rein, ich renne rein, ich renne rein. Chaco ist hier bei mir. Ich hab, guck mal, ich hab, guck mal. Ich muss... Schneid, die kommt einfach rein und ist tot. Aber die kommt jetzt grad zu dir, glaub ich. Ja, ich schaff's doch schon, aber die killt mich noch mit. Oh. Hast du den geklaut? Ja, hab ich! Hast du? Hab ich, hab ich. Pass doch, pass doch, pass doch, pass doch. Hast du nämlich killt, oder? Kann ich da helfen? Ja. Nee, kann ich noch nicht. Jetzt! Ich komm weg, ich komm weg. Ich spüre Blut. Ah! Etwas passiert! Mein Spiel ist aus. Oh, hört. Das hatte ich ja auch letztens. Hab ich noch update. Nice. Ich hab ihn. Ich kam grad update. Tag. 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 Pack. Tag. Sag schön. Ach, nee. Du bist tot? Sorry. Nicht holen lassen, nicht holen lassen Ich hab noch eingesammelt, aber ich bin tot Könnt ich noch mitholen? Ich hab noch einen Ulti, na klar, da kann ich auch mal importen, das ist auch schon Zersägt Ich mach dich schon die ganze Zeit so mit mir, seit 18 Minuten, und ich bin in den ersten 4 mal gestorben, also, ich weiß nicht wo die, krass, ich weiß nicht wo die die anderen Keck jetzt herhatten Ja, schadam Nice, zurückkehrt das, zurückkehrt das Man, ich hab immer noch kein Keck hergekriegt Hoch, hoch, hoch Schade, dass Ari noch bei ist Was ist das? Ja Ja Die ist ja Oh ne, nicht so Er war noch einfach so rein Auf twisted, auf twisted Schön, ich muss weg Ich muss weg Gehalte wieder Dann ist das Tünft Wenn ich in die Beweister alguma Beweister Wenn ich Das hat Das war's Ich Ich bin relativ gut ab mit ihren Fähigkeiten. Naja, der Ari ist auch richtig mink. Die spielt der andere Gruppe gerne. Da rastet der auch immer damit aus mit dem Vieh. Ist halt echt mobil, ja. Hast du gekifft oder was? Ja. Du nicht. Junge, es bleibt doch noch ein bisschen organisiert. Guck doch mal, guck doch mal für Mars ja, Alter. Was ist mit dir? Einfach doch mal für Mars ja. Ja, Alter. Kann mal jemand... Ich komm nicht weg. Ich tämre auf D, es passiert nichts. Oh, ich hab die Reihe gekriegt.